Moin! Heute schauen wir uns die Rechenregeln für negative Zahlen an. Das heißt plus, minus, mal und geteilt gar nicht so dramatisch. Vor allem, das Ganze beginnt mit einer guten Nachricht. Es gibt ab jetzt nämlich nicht mehr vier Rechenoperationen, sondern nur noch zwei. Ist das toll? Ich denke schon. Also, schauen wir uns mal die erste Regel an. Und die besagt, die Addition, Addition ist Plusrechnen, ist gleich die Subtraktion. Subtraktion ist Minusrechnen. Aufpassen, dass man es nicht wie Pippi Langstrumpf Subtraktion spricht. Da ist also mittendrin kein S, sondern wirklich nur Subtraktion. Von Subtrare abziehen. Aber wir wollen ja kein Latein machen. So, das Ganze fängt also schon mal seltsam an. Gebe ich zu. Plusrechnen soll gleich Minusrechnen sein. Sehen wir uns das doch mal an. Zum Beispiel hätte ich als Aufgabe 2 minus 3. Wenn wir wieder an die Zahlengerade denken oder zum Beispiel an den Thermometer, dann ist das gar nicht schwer. Es sind 2 Grad. Es wird 3 Grad kälter. Dann haben wir danach Minus 1 Grad. Okay, so weit, so gut. Aber warum soll das das Gleiche sein wie eine Plusaufgabe? Nun, wir könnten es so interpretieren, dass das Minus zur 3 gehört. Es ist also die Zahl Minus 3. Und dann steht da gar nicht 2 minus 3, sondern da steht noch ein unsichtbares Plus. Da steht 2 Plus und dann kommt erst die Minus 3. Das darf man einfach so machen. Ja, jede Minusaufgabe ist ab jetzt auch eine Plusaufgabe. Und das Nette ist, so dürften wir die beiden vertauschen. Summand plus Summand wird Summe genannt. Und tauscht man die Summanden aus, die Summe macht sich gar nichts draus. Summand plus Summand. Vielleicht kennt ihr das Lied aus der Grundschule. Ich kenne leider nur die erste Strophe, aber die reicht uns hier ja schon. Gut, also wir dürften hier auch schreiben, wenn man das gerne möchte. Das ist auch gleich Minus 3 plus 2. Ja, vertauschen ist bei einer Addition gar kein Thema. Ja, und das bedeutet, wir müssen uns um Addition und Subtraktion keine Sondergedanken machen, sondern wir können beides zusammen beantworten. Alles, was ich bei negativen Zahlen zu Rechenregeln für Addition sage, gilt auch für Subtraktion, weil es ja die gleiche Rechenoperation ist. Ich weiß, das muss man sich erst 15 Mal wiederholen, bis man es wirklich glaubt. Aber das ist tatsächlich so. Versucht das auch gerne selbst. Ja, nochmal zu dem Beispiel. Ich habe 2 Euro und gebe 3 aus. Ich habe einen Euro Schulden. Oder das untere wäre, ich habe 2 Euro und bekomme Schulden dazu von 3 Euro. Habe ich auch minus 1 Euro. Oder das letzte, wenn wir es so aufgeschrieben haben, das wäre, ich habe bereits 3 Euro Schulden. Und dann bekomme ich 2 Euro Taschengeld. Wie viel habe ich? Immer noch 1 Euro Schulden. So, soviel zum Vorgerede, dass uns immerhin schon mal eine Rechenoperation löscht. Also ich denke, dafür ist es ganz in Ordnung. Jetzt sehen wir uns also Plus und Minus etwas genauer an. Und zwar machen wir das in 4 Fällen. Keine Sorge, das sind nicht die 4 Fälle aus Deutsch, sondern 4 Fälle. Wie können denn die beiden Summanden aussehen? Und da haben wir den ersten Fall. Und der erste Fall sagt, sind beide positiv. Beide Plus. Was könnte das für eine Aufgabe sein? Na, zum Beispiel 12 plus 15. Was halten wir von dieser Aufgabe? Die finden wir super. Das ist ja wie in der Grundschule. Ihr könnt, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, das Ganze natürlich auch schriftlich rechnen. Aber wenn beide Zahlen als Vorzeichen ein Plus haben, Vor der 12 steht ja auch noch mal ein unsichtbares Plus. Dann ergibt das in dem Fall einfach 12 plus 15, 27. Wir sind fertig, alles ist gut. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Fall. Diesmal ist die kleinere Zahl negativ. Also kleinere ist minus. Hier haben wir die 12 und die 15. Vom Betrag her ist die 12 kleiner. Also die 12 kriegt ein Minus. Und dann kann ich zum Beispiel umgekehrt schreiben 15 minus 12. Ihr könnt aber auch schreiben minus 12 plus 15. Das ist ja das Gleiche. Ja, auch das ist eine Aufgabe, die wir nett finden. Das ist nämlich auch Grundschule. Wir können einfach schriftlich Minus rechnen oder eben wie bei dieser im Kopf, die ist ja leicht, 15 minus 12, das ist 3. Hier nicht verwirren lassen. Die kleinere Zahl darf ab jetzt also auch vorne stehen. Da könnte auch stehen, minus 12 plus 15 ist die gleiche Aufgabe. Auch da kommt 3 raus, denn wir dürfen ja ab jetzt die Summanden vertauschen. Das Minus muss dann aber an der 12 dranbleiben. Ja, also der erste und der zweite Fall, die machen uns keine Sorgen. Die kennen wir ja im Prinzip schon. Zumindest den ersten Fall sollte man so schon gesehen haben. Das heißt, wir sind jetzt schon beim dritten Fall. Und ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Es kann nämlich auch sein, dass in unserer Rechnung beide Zahlen negativ sind. Dann heißt die Aufgabe zum Beispiel minus 15 minus 12. Und das ist schon ein bisschen trickreicher. Bei solchen Aufgaben muss man zumindest einmal kurz Luft holen, bevor man sie löst, damit man sie nicht komplett in den Sand setzt. Also, wir haben 15 Euro Schulden und dann wollen wir uns noch ein neues Set kaufen. Das kostet nochmal 12 Euro. Also haben wir nochmal 12 Euro Schulden. Was sind denn 15 Euro Schulden und 12 Euro Schulden zusammen? Und wenn man das so spricht, merkt man es schon grob. Die darf man einfach zusammenzählen. So wie 3 Autos und 2 Autos sind 5 Autos, 7 Lutscher und 3 Lutscher sind 10 Lutscher, 15 Schulden und 12 Schulden sind 27 Schulden. Ja, in dem Fall immer Euro. Das heißt, wenn beide Zahlen negativ sind, darf man sie einfach zusammenfassen. Und hier müsst ihr euch als wichtiges merken, weshalb ich das auch nochmal hinschreibe. Und am Ende muss das Ergebnis ein Minus bekommen. Also, wir würden hier plus rechnen. Plus rechnen. Und das Ergebnis bekommt ein Minus. Schreibt euch das lieber in euren eigenen Worten auf, dann ist das verständlicher als die ganzen Kurzschreibweisen hier. Also nochmal langsam. Beide Zahlen sind negativ. Ich nehme mal zwei andere. Zum Beispiel minus 3 minus 1. Beide Zahlen sind negativ. Ich darf sie einfach als wären es Pluszahlen zusammenrechnen vom Betrag. Aber das Ergebnis muss ein Minus haben. Also, ich habe 3 Euro Schulden und 1 Euro Schulden. Das sind zusammen 4 Euro Schulden. Minus 3 und minus 1. Ich rechne 3 plus 1. Das sind 4. Und dann das Ergebnis bekommt ein Minus. Also, minus 4. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger, denke ich. Da muss man zumindest mal drüber nachdenken. Der vierte Fall, der hat es jetzt natürlich nochmal so ein bisschen in sich. Und zwar ist diesmal die größere Zahl eine negative Zahl. Also, wir haben die Aufgabe 12 minus 15. Und ja, die ist durchaus schwierig. In der Grundschule hätte man jetzt hingeschrieben, nicht lösbar. Ich kann ja nicht mehr abziehen, als ich habe. Aber aus dem echten Leben wissen wir, das geht schon. Also, wenn wir 12 Grad Celsius haben, morgen kommt ein Wintersturm aus Russland, es wird 15 Grad kälter. Oder ihr habt 12 Euro und wollt 15 ausgeben, da macht ihr Schulden. Natürlich geht das. Ja, also das können wir uns schon vorstellen. Wie rechnet man das? Ja, und da gibt es einen kleinen Trick. Natürlich gibt es wie immer einen Trick. Wir denken uns mal das Minus anders. Für was steht denn das Minus? Also klar, das steht für Abziehen. Aber Minus steht auch für die Differenz. Differenz heißt der Abstand von zwei Zahlen. Bei 12 minus 15 fragen wir uns also, wie weit sind die 12 und die 15 voneinander entfernt? Und für diese Entfernung ist es egal, ob wir 12 minus 15 oder 15 minus 12 rechnen. Und ihr merkt hier schon, der Abstand der beiden Zahlen, der ist natürlich 3. Da kommt 3 raus. Wichtig ist hier, es geht in der Aufgabe ja nicht unbedingt um den Abstand, sondern zum Beispiel um eine Temperatur. Wir brauchen also am Ende die Einheit. Und das heißt, am Ende muss auch hier ein Minus aufgeschrieben werden. Das heißt, wir können erst Minus rechnen. Minus rechnen. Und das Ergebnis bekommt ein Minus. Also, man rechnet erst Minus, wie man es zum Beispiel aus der Grundschule kennt. Und das heißt ganz klar, größere minus kleinere Zahl. Denn sonst funktioniert das auch gar nicht. Ihr könnt gerne mal versuchen, schriftlich irgendwie eine kleine Zahl zu nehmen und eine große abzuziehen. Da funktioniert das ganze Verfahren nicht. Aber wir wollen ja nur den Abstand wissen. Und darum vertauschen wir es einfach. Anstatt 12 minus 15 rechnen wir 15 minus 12. Das ist völlig in Ordnung. Aber die Lösung stimmt dann ja nicht. Da kommt nämlich was Positives raus. Wir wollen aber was Negatives. Also bekommt die Lösung ein Minus. Wir gehen nochmal von oben durch. Vier Fälle sind ja ganz schön viel. Beide Zahlen sind positiv. 12 plus 15. Da könnte ich auch rechnen 15 plus 12. Darf ich ja vertauschen. Aber ganz klar, wir rechnen das nach Grundschulrechnung. Kommt raus, 27. Zweiter Fall. Die kleinere Zahl ist negativ. Zum Beispiel 15 minus 12. Auch das kennt man aus der Grundschule. Da ist ja die kleinere Zahl immer die negative. Also das passt. Wir können einfach ganz normal subtrahieren. Und dann kommt raus 3. Der dritte Fall. Beide Zahlen sind negativ. Minus 15 minus 12. Hier rechnen wir, als wären es zwei positive Zahlen. Wir rechnen also einfach plus 15 plus 12. Das ist 27. Aber das Ergebnis bekommt ein Minus. Denn eigentlich ist es ja eine Minusaufgabe. Da kommt also raus, minus 27. Und der vierte Fall. Die größere Zahl ist Minus. Also vom Betrag die größere. Und ja, da haben wir zum Beispiel 12 minus 15. Hier rechnen wir erst mal Minus wie aus der Grundschule. Also umgekehrt 15 minus 12 kommt raus 3. Und dann bekommt das Ergebnis ein Minus. Bei 12 minus 15 kommt also raus Minus 3. Auch hier gilt, man muss in Mathe eben wirklich viel arbeiten. Man muss viele Aufgaben dazu rechnen. Ihr sollt ja nicht immer auf ein Extrablatt schauen. Oh, eine Aufgabe. Wo ist größer? Und was minus? Wen muss ich wie rumdrehen? Nee, ihr rechnet 500 Aufgaben davon. Und dann hat man es einfach im Kopf. Alles ist gut. Und dann kann man das ganz entspannt auswendig. Also die Rechenregeln, die lernt man bis zum Umfallen. Und dann kann man die, wenn man sie aber versteht, und das ist ja die Idee dieses Videos, wenn ihr versteht, warum man das so rechnet, dann habt ihr es natürlich noch mal schneller. Und falls ihr im Notfall was vergesst, kommt man auch wieder drauf. Aber hier gilt eben wirklich üben, üben, üben. Denn jetzt haben wir zwar die Hälfte geschafft, aber es kommen ja noch zwei Rechenoperationen. Und zwar Multiplikation und Division. Ja, und habe ich da nicht vorhin was Schönes gesagt? Addition ist Subtraktion. Ja, und jetzt kommt natürlich wieder so was Schönes. Und zwar gilt jetzt noch Multiplikation. Multiplikation ist gleich Division. Ja, eigentlich geht es in dem Video um Rechenregeln. Und ich zerstöre einfach mal zwei Rechenoperationen. Warum nicht? Also wir haben nur zwei übrig. Die Addition Subtraktion ist eine. Und die Multiplikation Division ist eine. Falls euch das jetzt noch nicht sagt, vielleicht habt ihr das Thema später noch. Das ist jetzt überhaupt kein Thema. Das heißt nur, alle Regeln, die ich jetzt bespreche, gelten bei einer Geteiltaufgabe genauso wie bei einer Malaufgabe. Hier auch ein Beispiel. Wir haben die Geteiltaufgabe zwei durch sieben. Dann können wir auch dafür schreiben, zwei mal das Reziproke. Also man teilt durch eine Zahl, indem man mit der Reziprokenzahl mal rechnet. Sieben ist sieben Ganze und das heißt, ich kann rechnen zweimal ein Siebtel. Und ja, da kommt tatsächlich das Gleiche raus. Zwei durch sieben ist nämlich zwei Siebtel und zwei mal ein Siebtel. Ich habe das Siebtel also doppelt. Das sind auch zwei Siebtel. Also wir sehen schon wieder, das ist durchaus entspannt. Wir haben nur eine Rechenoperation. Und dieses Thema, Punktrechnung mit Brüchen, könnt ihr euch im entsprechenden Thema natürlich noch genauer anschauen. Was wird jetzt wahrscheinlich kommen? Naja, ihr ahnt es sicherlich schon. Es kommen wieder vier Fälle. Logisch. Aber diesmal für diese Rechenoperation. Der erste Fall soll natürlich wieder der sein, der am einfachsten ist. Und ja, da gibt es netterweise auch was. Und der erste Fall ist natürlich, beide Zahlen sind positiv. Beide positiv. Und ich nehme jetzt als Beispiel eine Malaufgabe. Aber wie erwähnt, bei einer Geteiltaufgabe wäre es genauso. Ich nehme 3 mal 4. Das können wir nämlich schön rechnen. 3 mal 4. Und naja, da muss ich glaube ich gar nicht so viel dazu sagen. 3 mal 4 ist 12. Das ist von der Schwierigkeit gar nichts. Das ist wieder eine Grundschulaufgabe. Also der erste Fall, wenn beide Zahlen positiv sind, dann könnt ihr natürlich mal und geteilt so rechnen, wie ihr es aus der Grundschule kennt. Der zweite Fall. Diesmal ist die erste Zahl positiv oder die erste Zahl negativ, wie wir wollen. Nehmen wir die erste ist negativ. Das heißt, wir haben minus 3 mal 4. Das ist also ein ganz kleines bisschen kniffliger. Aber von der Vorstellung her kommt man glaube ich auch gut drauf. Warum schreibe ich hier nicht die kleinere Zahl oder die größere ist negativ, so wie wir das vorhin hatten? Da haben wir doch auch gesagt, zweiter und dritter Fall oder so oder ein vierter. Da geht es irgendwie um kleine und große Zahlen. Naja, das spielt bei mal und geteilt keine Rolle. Also was die große und kleine Zahl ist, interessiert uns nicht. Manchmal ist wichtig, welche vorne ist, aber tatsächlich werden wir merken, das ist hier gar nicht mal so schlimm. Ich schreibe trotzdem das Ganze nochmal einzeln auf, damit ihr das genau wisst. Also, wir haben minus 3 mal 4. Wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, ich habe 3 Euro Schulden bei 4 Personen. Bei Max, bei Anna, bei Tim und bei Tom. 4 Personen. Bei jeder Person habe ich 3 Euro Schulden. Wie viele Schulden habe ich dann? Klare Sache. Wir rechnen einfach mal und das Ergebnis bekommt ein Minus. Da kommt raus, minus 12. Und damit sind wir auch schon beim dritten Fall. Und zwar, diesmal ist natürlich die zweite Zahl die Minuszahl. Zum Beispiel 3 mal minus 4. Und hier aufpassen, falls ihr das Einführungsvideo nicht genau gesehen habt. Es gibt so eine Regel, dass zwei Rechenzeichen nicht nebeneinander stehen. Also ich kann nicht schreiben, 3 mal geteilt durch minus plus minus geteilt 7. Denn dann wüsste gar keiner, was gemeint ist. Hier setzt man Klammern. Und das geht so. Und dann weiß jeder, ich rechne 3 mal die minus 4. Und nicht, soll ich minus mit mal rechnen, was, wie, wo. Niemand weiß Bescheid. Also von daher ist das die Regel dazu. Wenn das Minus vor einer Zahl, also ganz vorne steht, wie hier, dann kann man die Klammer setzen, so wie ich das gerade gemacht habe. Muss man aber nicht. Also wenn das Minus vorne steht, dann stört es ja nicht. Es steht nicht am Mal dran. Wir könnten da also die Klammern weglassen. Aber ihr könnt auch einfach um jede negative Zahl eine Klammer setzen. Es stört nicht. Es sieht halt ästhetisch vielleicht nicht so schön aus. So, was ergibt 3 mal minus 4? Ja, Rechenbeispiel. Ich nehme mal wieder sowas. Wir haben ja schon die ganze Zeit über Schulden gesprochen. Diesmal habe ich 4 Euro Schulden. Und zwar bei drei Leuten. Bei Anna, Tim und bei Tom. Ja, wenn ich bei drei Leuten 4 Euro Schulden habe, jeweils, dann sind das ja auch minus 12 Euro, also 12 Euro Schulden. Und was ihr hier schon merkt, ganz genau, das hatten wir doch gerade, der zweite und der dritte Fall sind gleich. Eigentlich haben wir also nicht vier Fälle, sondern drei. Ich wollte aber nicht, dass das für mehr Verwirrung sorgt. Also von daher kann man sich das auch als vier Fälle merken. Aber bei zwei Fällen ist es egal. Wir kennen das von mal ja schon. Man darf, Faktor mal Faktor ist Produkt. Wir dürfen die Faktoren einfach vertauschen. Gar kein Problem. Bei geteilt darf man zwar nicht Dividend und Divisor vertauschen, aber die Vorzeichen. Also es interessiert uns nicht, ob wir minus 3 geteilt durch 4 oder 3 geteilt durch minus 4 haben. Wenn ein Minus vorkommt, bekommt das Ergebnis auch ein Minus. Also beim zweiten und dritten Fall kommt immer raus minus 12. Und damit sind das eigentlich auch leichte Fälle, womit wir uns merken müssen, der vierte Fall oder der dritte, wie ihr es euch merken wollt, der ist der einzige, den man sich wirklich richtig gut merken muss. Und zwar beim vierten Fall sind jetzt natürlich beide Zahlen, die vorkommen, negativ. Also minus 3 mal minus 4. Und das ist daher tatsächlich schwierig, weil die meisten Menschen Probleme haben, sich das vorzustellen. Was soll das bedeuten? Haben jetzt minus 3 Leute minus 4 Euro? Ja, wenn man sich das so vorstellen will, schon. Wie viel Geld haben sie dann nicht? Aber schöner ist natürlich, sich das über Deutsch zu merken. Und zwar mit der doppelten Verneinung. Das zeige ich gleich auf einer Extra-Seite. Also wer sich noch was notieren möchte, dann am besten Fall jetzt. Ich sage aber schon mal die Lösung. Bei minus und minus kommt plus raus. Das heißt, es ist nicht schwer zu rechnen. 3 mal 4 ist 12. Aber es kommt wirklich plus 12 raus, obwohl es zwei negative Zahlen sind. Wie man sich das merkt, jetzt mal mit zwei Sätzen, wo ich mir auch Zeit lasse, die ein bisschen hinzuschreiben. Vielleicht wird es dann leichter. Und zwar denken wir an den schönen Satz. Schaut mal aus dem Fenster und ich sage euch, es ist kein schlechtes Wetter. Was für Wetter haben wir dann gerade? Wir haben hier kein und schlechtes. Wir haben in dem Satz also zweimal was Negatives. Und was kommt raus? Na, es ist kein schlechtes Wetter. Es ist also gutes Wetter. Minus und Minus hebt sich auf. Und das Ganze noch ein bisschen mathematischer ausgedrückt. Dann würde man sagen, es ist nicht nicht Wetter. Das ist aber auch nicht gut. Es ist nicht nicht schön. So könnten wir es machen. Es ist nicht nicht schön. Was meine ich mit nicht nicht? Naja, das hebt sich wieder auf. Doppelte Verneinung ist Bejahung. Und das bedeutet, es ist schön. Ja, auch hier haben wir den Fall, dass das Wetter so, es sollte eine Sonne sein. Naja, ihr wisst, was ich meine. In beiden Fällen hebt sich die doppelte Verneinung auf und es ist positiv. Da gibt es auch noch weitere Beispiele. Man könnte sich etwa vorstellen, das wird jetzt schon ein bisschen schwierig, aber vielleicht ist das was für den einen oder anderen. Wir haben ein Rechteck. So, das ist drei Meter mal zwei Meter. Es geht also in diese Richtung. Wie groß ist der Flächeninhalt dieses Rechtecks? Flächeninhalt berechnet man mit a mal b. also das sind dann sechs Flächeneinheiten, zum Beispiel Quadratzentimeter oder so. Wie sieht das Rechteck denn aus, wenn es minus zwei Meter lang ist und minus drei Meter breit? Dann heißt das für so ein Rechteck einfach, es geht in eine andere Richtung. Also eine negative Länge gibt es tatsächlich, ist einfach die andere Richtung. Stellen wir uns vor, ich will zur Schule laufen. Das sind so vier Kilometer, aber ich laufe in die falsche Richtung. Und zwar zwei Kilometer. Dann bin ich also minus zwei Kilometer gelaufen. Und wie weit ist es dann zur Schule? Noch sechs Kilometer. Denn von der minus zwei bis zur vier sind es sechs. Ja, und hier mit der Fläche kann ich das auch so machen. Wir haben jetzt theoretisch ein negatives Rechteck. Ja, ich weiß, da werden jetzt einige schreien und sagen, das gibt es nicht von mir aus. Aber wenn wir uns ein Rechteck vorstellen, dass minus drei Meter halt in die falsche Richtung gebaut wurde und minus zwei auch in die falsche, dann ist der Flächeninhalt ja trotzdem positiv. Flächeninhalt ist ja was Positives. Da sind auch sechs Flächeninheiten. Stellt euch das vielleicht vor mit einem Haus, mit einem Fenster. Das Fenster ist zweimal drei Meter. Das ist ein großes Fenster. Aber es wurde nicht, es wurde zwei Meter nach unten und zwei Meter nach links gebaut, anstatt zwei Meter nach oben und drei Meter nach rechts. Das Fenster ist dann genauso groß. Es ist nur an der falschen Stelle. Und das merken wir uns in der berühmten Mathe-Regel, die jeder sagt, aber die keine richtige Regel ist. Minus mal Minus ist Plus. Und klar, damit ist nicht gemeint. Ich schreibe es also auf. Minus mal Minus ist Plus. Ja, so würde das ja aussehen. Wir wissen, was gemeint ist. Diese Rechenregel, fragt mal eure Eltern, Großeltern, die hat jeder irgendwann mal gelernt. Die Rechenregel soll natürlich besagen, wenn ich eine negative Zahl mal eine negative Zahl rechne, dann ist das Ergebnis positiv. Und wenn ihr euch das merkt, sollte es eigentlich keine Schwierigkeiten mehr geben. Die letzte Regel, die hier eigentlich nicht zum Thema gehört, die ich aber mitgeben möchte, lautet, daher schreibe ich die auch nochmal, rechne immer von innen nach außen. Also, ihr habt ja jetzt alle Rechenregeln, die man für negative Zahlen braucht oder allgemein für ganze Zahlen. Ganze Zahlen sind dann die negativen, die positiven und die Null. Ja, und wenn wir damit rechnen wollen, dann denkt ihr jetzt vielleicht erst mal, ja, ich kann doch alles, ich weiß, wie ich plus, minus, mal und geteilt rechne. Und dann trefft ihr so eine Aufgabe. Vier, minus, minus, minus zwei. Und dann denkt man, oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, alles vergessen. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Wir beginnen innen und gehen von innen nach außen. Würdet ihr auch schon in der Grundschule so machen, wenn eine lange Aufgabe kommt irgendwie, ne? Aber schauen wir uns mal an, was das jetzt hier bedeutet. Ganz innen steht eine minus zwei und davor steht ein Minus. Also hier und hier. Und das haben wir gerade auf der letzten Seite aufgeschrieben. Minus mal minus ist plus. Also, ich hoffe, ihr hattet das schon, dass zwischen Klammern, wenn da nichts steht, das Rechenzeichen grundsätzlich mal minus eins ist. Aber das muss uns jetzt auch gar nicht genauer kümmern. Könnt ihr euch noch mal einzeln anschauen. Minus und minus ergibt also plus. Das heißt, hier steht vier minus. Die äußere Klammer lasse ich mal. Und Minus und minus ist plus. Da steht also plus zwei. Und das sieht doch schon netter aus. Da können wir mit arbeiten. Das ist also vier. Ja, und Minus plus minus mal plus. Das haben wir so nicht aufgeschrieben. Aber das ist bei uns der zweite und dritte Fall gewesen. Da kam ja immer Minus raus. Minus mal plus und plus mal minus ist minus. Oder hierfür gesagt, wir haben ein Minus und dann eine Pluszahl. Also vier Euro und ich ziehe plus zwei Euro ab. Das ist natürlich einfach vier minus zwei. Ja, und schon ist die Aufgabe lösbar. Vier minus zwei ist zwei. Ich vermute mal, dass ihr nach dem Video immer noch offene Fragen habt, obwohl das eine halbe Stunde jetzt ging. Und ihr euch denkt, oh Gott, kann ich das alles schon? Ganz wichtig, wenn man das sofort könnte, dann würdet ihr die Schule auch in der halben Zeit schaffen. Vielleicht könnt ihr das. Aber wie normale Menschen ist es wahrscheinlich, dass ihr das viel üben müsst. So ist eben das Leben. Also schaut euch das genau an. Macht viele Rechenaufgaben als nächstes dazu. Die werden teilweise stimmen. Dann macht man auch mal Fehler. Überhaupt kein Problem. Rechnet einfach drauf los. Und dann wird das sicherlich auch was. Damit noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.